Okay, würde ich sagen, fangen wir an. Wir warten noch auf euch. Laut für alle. Okay. Ja, also Thema ist Abhören in Deutschland und zwar aus politisch-geschichtlicher Perspektive. Also je nachdem, wie jetzt beim Einzelnen das Interesse an Spionage-Geschichte und Rechtsgeschichte ausgeprägt ist, wird das jetzt gleich sehr spannend oder sehr langweilig. Ich verspreche aber, am Schluss gibt es Cat-Content. Ich werde etwas über eine Abhörkatze erzählen für die Leute, die durchhalten. Ja, Abhören oder überhaupt Spionieren in andere Leute, Kommunikation, Feinkommunikation ist halt so alt, wie es wahrscheinlich Schreiben gibt. Und natürlich Militärs haben sich für neue Technologien immer schon interessiert. Etwa 1916 gab es die Schlacht bei Tannenberg. Die wurde deshalb gewonnen, weil eben Hindenburgs Abhörmilitärs die Telekommunikation der Russen abgehört hatten. Also nicht etwa, weil Hindenburg so ein genialer Machtbefehlshaber gewesen wäre, sondern schlichtweg aufgrund von Spionage. Es gab auch einen Militärabhörer namens Schepper. Der hatte schon recht früh die Pläne gehabt, Deutschland in einen Abhörstaat zu verwandeln. Der wurde bereits 1920 Mitglied der NSDAP und 13 Jahre später, nachdem Hitler die Macht übernommen hatte, hat er auch bei Hitler vorgesprochen und dort seine Pläne vorgestellt. Und die wurden dann auch gleich unter größter Geheimhaltung in die Tat umgesetzt. Man hat eine Behörde erfunden, ein sogenanntes Forschungsamt. Das war die Tarnbezeichnung. Das Ganze war aufgehängt im Reichsluftfahrtministerium. Dort wurden Büros eingerichtet, die halt Abhördienststellen waren. Und dieses sogenannte Forschungsamt war in der Lage, jeden einzelnen Telefonanschluss in Deutschland abzuhören. Es war auch kein Wunder, denn die Deutsche Reichspost war ja eine staatliche Angelegenheit. Und man hatte auch Zugriff auf das Fernkabel, das durch Berlin durchlief. Und später, als man dann eben auch Wien hatte, hatte man noch ein weiteres Fernkabel. Das Abhören hat natürlich strategische Vorteile gehabt gegenüber dem Ausland, wenn man etwa Diplomaten abgehört hat. Aber es war halt auch interessant, die eigenen Leute abzuhören. Also Hitler hat sich ja sehr viel länger an der Macht gehalten, als man gedacht hat. Und das dürfte einem Großteil dieser Überwachung der eigenen Leute geschuldet sein. Es gab ja auch recht bald den Römputsch, bei dem eben Hitler sich von etlichen, also etlichen Rivalen oder Leute, die er als Bedrohung empfand, getrennt hat. Ist etwas euphemistisch, also hat sie liquidieren lassen. Ja, das Forschungsamt war eine bemerkenswert große Einrichtung. Die hatten am Schluss über 1000 Büros und bis zu 6000 Mitarbeitern. Es war also der größte deutsche Geheimdienst des Dritten Reichs und bis etwa 43 waren die also in Operation. Nachdem die Alliierten die Macht übernommen haben, hatten sie ganz offiziell hier erst einmal den Anspruch, jegliche Form von Kommunikation zu kontrollieren. Wer eine Zeitung herausgeben wollte, brauchte eine Verlagsgenehmigung. Er brauchte Papierzuteilung und er brauchte auch Informationen über den Staat und wie auch immer. Und deshalb verwundert es nicht, dass natürlich in Osten und Westen die Berichterstattung, insbesondere im politischen Bereich, natürlich sehr konträr sich entwickelt hat. Und man hatte schon recht früh das Bedürfnis, eben Einfluss auf die Nachrichtenlage zu nehmen, indem man Prospekte verschickt hat. Indem eben der Westen für seine Freiheiten warb und die Kommunisten halt für den Kommunismus. Bereits damals nahmen sich eben die Alliierten heraus, die Post zu kontrollieren. Und das tat man bis 1949 mehr oder weniger offiziell. 1949 gab es einmal das Truppenstatut und es gab im Westen das Grundgesetz. Im Grundgesetz stand drin in Artikel 5 Absatz 3, eine Zensur findet nicht statt. Und in Artikel 10, dass das Post- und Fernmeldegeheimnis gewährleistet ist und dass also Eingriffe nur aufgrund eines Gesetzes möglich seien. Da es ein solches Gesetz nicht gab, könnte man jetzt schlussfolgern, dann wurde auch nicht eingegriffen. Pustekuchen, es wurde massiv eingegriffen. Einmal eben in die Telekommunikation und zum anderen in das Postgeheimnis. In das Postgeheimnis hat interessanterweise der deutsche Staat eingegriffen. Und zwar man hat also unterbunden, dass diese Prospekte verschickt werden. Und das konnte man natürlich nur, indem man die Post illegal öffnete. Vorgenommen haben das verschiedene Beamte, also Postbeamte, Bahnbeamte, später dann Soldaten und ganz am Schluss dann auch der Geheimdienst. Diese Postkontrollen wurden also bereits zum Teil in den Zügen durchgeführt. Und es gab also in mehreren Postämtern so geheime Stockwerke, die also keiner betreten durfte. Und interessanterweise ist diese Geschichte dieser Postöffnung erst eigentlich seit wenigen Jahren bekannt. Und ein Forscher aus Heidelberg, Professor Foscherboth, ist vor ein paar Jahren darauf gestoßen und hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Also vorher war das jedenfalls der historischen Forschung so nicht bekannt. Die Begründung, die man sich da so zurechtzimmerte, ohne Gesetz einfach die Post doch aufzumachen, die waren zum Teil recht abenteuerlich. Man hat gesagt, ja, in so einem Brief, da kann man ja Diamanten schmuggeln, dann müssen wir so zollmäßig, müssen wir so halt aufmachen. Also der Zoll hat auch zum Teil mitgemacht. Und ja, dann werden wir so schon mal aufhaben und da sehen, da ist ein Prospekt drin, das für den Kommunismus wirbt. Ja, das ist ja Staatszersetzung und das widerspricht einem Paragraf 84 oder 89 StGB. Da machen wir es ja strafbar, wenn wir das jetzt weiter transportieren, also weg mit. Auf diese Weise wurde also wirklich in industriellem Maßstab Zensur durchgeführt. Diese Prospekte, die sind also nach heutiger Sichtweise vergleichsweise harmlos. Also es ist halt politische Kritik und Agitation, eigentlich müsste das eine Demokratie aushalten, hat man aber eben anders gesehen. Das war natürlich hauptsächlich interessant Anfang der 50er Jahre, Anfang bis Mitte der 50er Jahre, als eben die deutsche Frage das große bewegende Thema war. Also in der DDR gab es übrigens auch ein Briefgeheimnis, das wurde also auch gewährleistet. Es gab also auch keine gesetzliche Grundlage. Also es wurde auf dem Papier gewährleistet, also in Wirklichkeit natürlich nicht. Ja, dann kam das Jahr 1955. Man wollte also Deutschland wieder größtenteils souverän machen. Und in der Zwischenzeit haben sich etliche deutsche Politiker, die eben Wissen um diese Postzensur hatten, aber auch eben über das Abhören darüber aufgeregt. Also zunächst zum Abhören, das haben also die Alliierten nach wie vor selbst gemacht. Sie hatten also Deutsche auf der Arbeitsebene eingesetzt, aber die Organisation und so weiter und die Kontrolle, das lag also alles in amerikanischer, französischer oder eben britischer Hand, je nachdem in welchem Sektor das war. Ja, also das Abhören haben die Alliierten also weiterhin betrieben und zwar verdeckt ohne irgendeine Rechtsgrundlage. Man hat das eben damit begründet, dass man eben sagte, also auch schon bevor das Grundgesetz gemacht wurde, wir sind hier die Siegermächte, wir haben unveräußerliche Rechte. Und also es nervt wirklich ein bisschen, wir haben also unveräußerliche Rechte und wir sind also gar nicht bereit, das da abzugeben. Insbesondere haben wir auch noch Truppen im Land und diese Truppen, da müssen natürlich für die Sicherheit gesorgt werden. Diese Truppen passen auf euch auf und deshalb müssen wir das weitermachen. Das gab sogenannte Secret Memorandums of Understanding, die da mit Adenauer ausgetauscht wurden. Und dann kam eben das Jahr 1955, wo die Pariser Verträge verhandelt wurden. Adenauer war in der Zeit damals ein bisschen geschwächt, da war so ein paar Skandale mit der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Er wollte mit den Franzosen zusammen eine Atombombe entwickeln und solche Geschichten. Das ist dann irgendwie aufgeflogen. Naja, war an Gepeinlichkeiten. Und jedenfalls war er gegenüber den Alliierten schwach am Verhandeln. Und da hieß es dann aber auch von Seiten eben der, insbesondere der Amerikaner, also dieses Überwachen von Deutschland könnte das nicht vielleicht doch mal selber machen, weil es ist nackweilig, was ihr euch da untereinander erzählt. Es kostet Geld und macht das doch mal selbst. Und ein Berater von Adenauer, Glopke, hat recht realistisch eingeschätzt, dass die, dass das, also er hat erstmal darauf bestanden, dass das, dass man dafür ein Gesetz bräuchte und hat realistisch eingeschätzt, dass die Deutschen eben nicht bereit sind, nach den Erfahrungen, die man im Dritten Reich hat, nach dem, was man in der DDR gerade am Beobachten war, freiwillig sich wieder in einen Überwachungsstaat zu begeben. Also hat Adenauer gesagt, ja, also in zwei Monaten mache ich so ein Gesetz und jetzt machen wir aber erstmal diesen Deutschlandvertrag. Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, nee, 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 nee. Also, so geht es ja nicht. Solange ihr nicht irgendwie jetzt sicherstellt, dass ihr da euch selber abhört, hören wir euch eben weiter ab. Gab es eben wieder solche Secret Memorandums of Understanding, um Ihnen zu zeigen, wer so Chef im Ring ist. Und dann hat man das dann eben so gemacht. Die Deutschlandverträge kamen, aber Adenauer kam nicht in die Gänge mit diesem Gesetz. Er hat es nicht nach zwei Monaten gemacht, sondern er hat es nie gemacht. Dieser Status quo hat also insgesamt 13 Jahre angehalten. In der Zwischenzeit gab es natürlich ein bisschen Ärger bei den Politikern, die von diesem Staatsgeheimnis gewusst haben. Der Postminister etwa sagte, was soll das, ich bin Bundespostminister und nicht Zensurminister und so weiter. Und das Ausmaß der Zensur, das darf man sich wirklich gigantisch vorstellen. Also, der Professor Voschepot hat in dem Buch, das er Ende letzten Jahres veröffentlicht hat, eine Schätzung abgegeben und hat gesagt, also insgesamt wurden 90 Millionen Sendungen vernichtet. Hat diese Schätzung inzwischen nach oben korrigiert. Er hat gesagt, es wurden also mindestens 300 Millionen Postsendungen geöffnet und der größte Teil davon vernichtet. Also, da kann man halt einfach nur von Zensur sprechen und rechtliche Grundlagen gab es dafür nicht. Das hat, wie gesagt, der deutsche Staat gemacht. Während eben die, dass das abhören, das haben die Alliierten getan, eben mit deutscher Beteiligung auf der Ausführungsebene. Wenn also der deutsche Geheimdienst irgendwas wissen wollte, was in Deutschland ablief, dann hat man die Amerikaner gefragt. Das war die übliche Verfahrensweise. Dann gab es heute ziemlich genau vor 50 Jahren, nämlich Anfang September 1953, einen Artikel in der Zeit. Und das war der Beginn der sogenannten Abhöraffäre. Denn in diesem Artikel wurde also erstmals eben über diese Abhörpraxis in großem Stil berichtet. Ein Schwerpunkt des Artikels war auch, dass eben in den entsprechenden Behörden Altnazis untergebracht waren oder belastete Personen aus dem Dritten Reich. Also es war eine sehr unappetitliche Geschichte und dann fing es langsam an zu rumoren. Es war so, ja, dann ging fast eine politische Diskussion durch und 1968 war es dann soweit. Man hat ein Gesetz geschaffen, nämlich das sogenannte G10-Gesetz. Man hat auch Artikel 10, auf den sich der Name G10-Gesetz bezieht. Und den hat man eben auch noch erweitert um einen Absatz und hat eben das Abhören auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Das G10-Gesetz, wenn man sich das ansieht, da könnte man Rotz und Wasser heulen, weil das, also aus juristischer Sicht, weil das verfassungsmäßig so wunderschön austariert ist. Beim polizeilichen Abhören etwa, da muss man, da ist ein Richtervorbehalt, es muss also ein Richter das vorher sehen, der unabhängig beurteilt ist, ist jetzt eine Abhörmaßnahme gerechtfertigt oder nicht. Wenn man abgehört wurde, muss man nach einer gewissen Zeit dann benachrichtigt werden, was ja auch für den Ermittler irgendwie menschlich peinlich ist. Und Checks and Balances, man hat außerdem parlamentarische Gremien eingerichtet, die G10-Kommission, also jedes Parlament, Bundesparlament oder eben Landesparlamente haben eine G10-Kommission, die sich also nur auf Abhören der Telekommunikation und Verletzung des Briefgeheimnisses und so weiter spezialisiert. Und man könnte jetzt meinen, ja wunderbar ist es kontrolliert, Pustekuchen. Denn bevor das in Kraft trat, kam wieder die Herrschaft mit dem Schlapphut an, also in Realität waren das natürlich Diplomaten, und haben gesagt, ja, also ihr könnt gerne so ein G10-Gesetz machen, und das ist dann auch toll, wenn ihr euch jetzt künftig selber abhört. Aber wir haben ja immer noch die Truppen hier im Land, und außerdem, genauso wie das Grundgesetz, wo da drin steht, dass das überhaupt nicht abgehört wird und so weiter, das könnt ihr da gerne reinschreiben, wenn ihr euch gut fühlt. Aber so ein bisschen Kontrolle sollte schon auch sein. Und man hat dann eben sogenannte Verwaltungsvereinbarungen getroffen, die also bis Ende letzten Jahres ein Staatsgeheimnis waren und bis jetzt vor ein paar Wochen auch nicht kommentiert wurden, weder gegenüber der Wissenschaft noch sonst wem. Und diese Verwaltungsvereinbarungen von 68, 69, die besagen halt, dass eben die alliierten Geheimdienste das Recht haben, die deutschen Dienste für sich abhören zu lassen. Also jeder Telefonanschluss und so weiter, der denen verdächtig vorkommt, sollte dann von dem Verfassungsschutz oder vom BND im Auftrag der Amerikaner, der Briten oder der Franzosen überwacht werden und das Pronto und das irgendwie ohne irgendwelche Einschränkungen. Das heißt, wenn jetzt einen Geistlichen abhören wollten, der die Beichte abnahm oder einen wichtigen Politiker, dann war das völlig legal. Das ist also Rechtszustand übrigens auf dem Papier bis vor wenigen Wochen gewesen, als das nämlich dann breite Öffentlichkeit erfuhr. Da gab es noch eine ganz andere lustige Vereinbarung, nämlich dass die Alliierten, wenn sie hier Geheimagenten haben und damit auffallen, dass die freien Abzug bekommen. Also wenn so ein Spion irgendwo in Untersuchungshaft kam, weil er beim Abhören oder bei sonst was aufgefallen ist, dann kam dann plötzlich ein Herr vom Verfassungsschutz, hat die Leute freundlich gegrüßt, hat ihn mitgenommen, hat ihm seine Sachen mitgenommen und wenn der nach 30 Tagen das Land verlassen hat, dann war alles Pustekuchen. Also in der Strafprozessordnung steht es eigentlich anders, aber gut. Gut, das waren also diese Verträge von 68, 69, die dann also nie natürlich bekannt gemacht wurden und dann gab es eben dieses G10-Gesetz. Allerdings hat das die Alliierten nicht daran gehindert, trotzdem hier weiter abzuhören. Sie haben es natürlich in anderer Weise gemacht. Der technische Fortschritt ist halt fortgeschritten. 68 hatte man ja noch Wählscheiben, wenn man irgendwelche Verbindungen machen wollte. Und es wurde halt immer moderner, insbesondere 1952 hatten die Amerikaner die NSA aufgezogen, die eben immer dem technischen Fortschritt mindestens eine Generation vorausführt. Die NSA, also die National Security Agency, ist ein Abhörgeheimdienst, der militärisch aufgehängt ist, allerdings in dem hauptsächlich Zivilisten arbeiten. Das ist eine Riesenabteilung, die haben 40.000 Menschen allein in ihrer Zentrale in Fort Mede und weltweit werden die Abhörposten, die die NSA betreibt, von nach offiziellen Zahlen 150.000 Leuten gewartet. Das sind dann Leute, die bei Inskom aufgehängt sind. Das ist also ein uniformiertes Militär. Die haben weltweit Horchposten, zu Wasser, zu Land und in der Luft, das darf man wörtlich nehmen. Sie haben den Erdboden etwa mit Mikrofonen überzogen, da werden nicht den Meeresboden mit Mikrofonen überzogen, damit sie jederzeit wissen, wo jetzt so ein russisches U-Boot rumtuckert, Satelliten, Spionagesatelliten und so weiter. Also das ist schon eine beeindruckende Organisation. Und jeder dieser Horchposten ist halt mit Fort Mede vernetzt. Sie haben also seit 40 Jahren ein Internet und da geht es dann direkt rein. Das ist jetzt eine Weile so gut gegangen und dann gab es dann plötzlich die deutsche Wiedervereinigung, wie man sagt, und da gab es den 2 plus 4 Vertrag. Und da hätte man sich eigentlich denken müssen, jetzt wurde Deutschland also souverän. Pustekuchen, auch hier hieß es, nee, 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 wir können diesen Vertrag gerne machen, wenn ihr euch gut damit fühlt, aber wir haben ja noch Truppen im Land. Wobei, das hat man so nicht gesagt, es gibt eigentlich keine, ich habe das jetzt verbildlicht, es gibt nämlich keinen bekannten Beleg dafür, dass das Thema überhaupt bei den 2 plus 4 Verträgen erwähnt wurde. Allerdings müsste das Thema durchaus den Beteiligten präsent gewesen sein, denn ein Jahr vorher, 1989, gab es im Spiegel einen Artikel über Echelon, also eben dieses US-Programm, um eben in Deutschland abzuhören, was denn halt so interessiert. Hauptsächlich Wirtschaftsinformation, und diese Echelon-Geschichte hat sich dann gehalten, bis dann Mitte der 90er Jahre die EU-Kommission eine große Untersuchung angestrengt hat und Mitte 2001 wurde dann ein Bericht vorgelegt, in dem es eben hieß, dass man wohl eine ziemlich gute Beweiskette hat, dass es dieses Echelon gibt, dass es keine Verschwörungstheorie ist und man wollte also einen riesen Rabatz machen, der Rabatz blieb aber aus, weil eben 2001 kurze Zeit, wenige Monate nach diesem Bericht in New York, der 11. September, sich ereignet hat und nachher eben Sicherheit sehr hoch gefahren wurde. Danach haben auch die Deutschen die große Solidarität mit den USA erklärt und dann gibt es eben einen Vertrag, der 2002 unterschrieben wurde, aber bis heute noch geheim ist. Ausführender war Frank-Walter Steinmeier. Wie es der Zufall so will, habe ich ihn vor drei Tagen getroffen. Wir haben also gefrühstückt bei einem Wahlkampftermin, hat mich für einen Sozialdemokraten gehalten, hat mich auch geduzt und dann habe ich ihn direkt mal gefragt, ob er der NSA erlaubt hätte, mein Handy abzuhören und so weiter und hat er erstmal etwas sparsam geguckt, gegrinst und dann hat er mir einige Dinge erzählt, die mir so also nicht bekannt waren. Also er hätte verhandelt, also ihm hätten irgendwelche Amerikaner zugesagt, drei einmal keiner unabhängig, dass also Echelon 98 oder sowas abgeschaltet worden wäre und das müsse man halt glauben oder nicht. Also er hat dann auch gegrinst, als er gemerkt hat, dass er ihn nicht ganz abgekauft hat. Was er auch erzählt hat, dass er eben diese Verhandlungen geführt hätte bezüglich Bad Aibling. In Bad Aibling hatte die NSA ein Objekt, das sind diese berühmten Golfbälle, das also 2004 an den BND ging. Der BND hatte allerdings schon immer in Bad Aibling auch eine eigene Filiale da und was in den Golfbällen drin war, man nennt es auch Elefantenkäfige, da gibt es Verschwörungstheorien, aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass da Technik zum Abhören von Satelliten drin war und man will halt nicht, dass man von außen sieht, auf welchen Satellit jetzt was wo gerichtet ist und diese Antennen, die stehen heute in Manworth Hill, also in Großbritannien. Rechtlich gesehen ist es halt so, wenn man in Deutschland ohne eine Rechtsgrundlage oder ohne eine stabile Rechtsgrundlage auch deutsche Telekommunikation abhört, was ja bei den Satelliten nicht auszuschließen ist, dann ist das ein Problem, wenn man genau das Gleiche in Großbritannien macht, dann ist es zumindest kein deutsches Problem, denn Spionage ist nicht irgendwie international geächtet oder sowas, sondern von außen darf man halt ab. Die sollen spionieren, das macht halt kein Geheimdienst anders, auch der unsere nicht. Die hören auch ganz gerne mal ab, manchmal auch im Inland inzwischen etwas weniger, als die ein bisschen dumm aufgefallen sind. Also der BND hat zwei Observationsteams, die wohl mit erstaunlicher Technik ausgestattet sein müssen. Nun gut, aber den Technikvortrag, den machen ja die Kollegen, deshalb sage ich dazu jetzt wenige. Ja, Status quo. 2012 hat Foscheport sein Buch veröffentlicht, Ende 2012. Und nachdem der NSA-Skandal ein paar Wochen hochgekocht war, hatte ich eigentlich gedacht, dass sich jetzt mal jemand an diese Sache erinnert. Foscheport hatte nachgefragt, was denn jetzt mit diesen Staatsverträgen ist. Er hat also gesagt, er hat also durchgesetzt durch Akten, durch Klagen und so weiter, dass das Bundesarchiv ihm diese, also nicht Staatsverträge, sondern Verwaltungsvereinbarung, Verwaltungsvereinbarung, so heißt das Ding, diese Verwaltungsvereinbarung aushändigen musste. Und die wurden so aufbewahrt, wie eben Gesetze aufbewahrt werden, die noch in Kraft sind, mit so einer schönen Schleife drumherum. Also ein Siegel. Und die Bundesregierung hat aber dazu keine Stellung genommen, was jetzt damit eigentlich los ist. Und dann habe ich halt eben, nachdem das Thema keiner aufgeführt, habe ich bei Telepolis eine Zusammenfassung von Foscheports Buch gemacht. Der Artikel ist der bisher meistgeklickteste, den ich bisher gemacht habe. Und da hat aber auch erst mal keiner darauf reagiert, bis dann eben eine Woche später in Süddeutsche, Frankfurter und Spiegel diese Verwaltungsvereinbarung das erste Mal dann plötzlich auftauchten. Und als dann Frau, also da wurde dann eben auch gesagt, dass die seit 1990 angeblich nicht mehr angewendet worden seien. Naja, wie gesagt, es gab ja neue Verträge, beziehungsweise auch neue Techniken, das kann also durchaus möglich sein. Jedenfalls wurde dann Frau Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz darauf angesprochen und hat dann zugegeben, dass es sie gibt und dass man dabei ist zu verhandeln, die aufzukündigen. Und jetzt hat man zumindest vermeldet, dass man das auch getan hätte vor ein paar Wochen. Soviel zur Rechtsgeschichte des Abhörens. Kommen wir noch schnell zur Katze. Also das strategische Abhören, also Abhören auf Vorrat sozusagen, das macht die NSA. Die CIA hat aber auch eine operative Abhörabteilung, wenn die also spezielle Zielpersonen haben, die sie erfassen wollen. Und da hörten die eben mal von einem russischen Politiker, der in sein Arbeitszimmer Katzen reinlässt. Und dann sind die auf eine ganz tolle Idee gekommen, sie haben einer Katze ein Mikrofon ins Ohr operiert und haben also in die Katze auch ein Battery Pack rein operiert und Sende-Elektronik. Die Antenne hat man schön am Rückgrat der Katze verlegt und damit die Katze auch nicht zu eigenwillig wird, was Katzen ja ganz gerne mal sind, haben sie sogar Drähte ins Gehirn gelegt, dass die also, wenn sie Hunger hatte, kein Futter gefressen hat, auch der Sexualtrieb wurde irgendwie unterdrückt. Also man darf sich das wirklich wie Frankenscheins Katze vorstellen. Und diese Geschichte hat also 25 Millionen Dollar gekostet, was das auch für die CIA jedenfalls damals eine Menge Geld wert war. Und Anfang der 60er hat man dann so einen Test gemacht. Man hat also in der Nähe der russischen Botschaft in Washington die Katze also rausgelassen und hat gesagt, guck mal da ist ein Park, da sitzen zwei Leute, jetzt hörst du die mal schön ab, Katze. Und die sind dann also im schwarzen Van hinterher getuckert mit ihrer Empfangstechnik und so weiter. Und dann gab es ein unangenehmes Geräusch, es ist nämlich ein Taxi über die Katze gefahren und in dem Moment waren halt 25 Millionen Dollar platt. Die Berichte sind inzwischen freigegeben, auch wenn da noch viele Streichungen drin sind. Da steht dann drin, ja, also wir können es jetzt doch nicht empfehlen für einen Auslandseinsatz. Gute Idee, aber vielleicht aber besser. Ungefähr. Das ist die Acoustic Kitty. Sie hat auch in der amerikanischen Kultur Niederschlag gefunden. Es gibt also Lied, sie wird besungen. Und ja, soviel zur Geschichte des Abhörens in Deutschland. Zu den technischen Details, wie gesagt, ist der Jens sehr viel kompetenter. Was die Geheimdienste so drauf haben, das ist wirklich beeindruckend. Etwa wenn ihr an einem Computer sitzt und irgendwo ein Telefon in der Nähe ist und sei es auch euer Handy, dadurch kann man eben euch abhören und zwar nicht nur euch, sondern auch beim Tippen auf den Computer. Jede Computertaste hat eine eigene Tonsignatur und man kann die Tasten zuordnen. Also für uns wird es das Klicken gleich an, aber ich habe mir sagen lassen, dass das wohl eine eigene Signatur hat. Und man kann dann eben durch entsprechende Verfahren, wie welche Taste wird am öftesten geklickt, das ist dann ein E meistens und in der zweiten Position kommt N, diese alten Dechiffriergeschichten, kann man halt recht schnell rauskriegen, was da getippt wurde. Und das heißt also nur aufgrund von Akustik kann man euch abhören. Ein Freund von mir, der in den 90ern über den BND viel geschrieben hat, dem haben sie einen Laser an sein Fenster gelegt und haben auf diese Weise abgehört, was er in seine Tastatur da reingetippt hat. Es ist schon bemerkenswert, dass das in den 90ern möglich war. Überhaupt, in den 90ern war der offizielle Stand der, dass wenn man irgendwelche Wörter gesprochen hat, dass also die erkannt werden konnten, also Bombe à la Attentat oder was auch immer, dann ging er alarmlos. Aber diese Technik soll schon damals 20 Jahre alt gewesen sein. Auch die Stimmsignatur, wenn Bin Laden etwa irgendein Telefon benutzt hat, an dem die NSA irgendwie mitgeschnorchelt hat, also sprich ein Satellitentelefon, dann ist allein aufgrund der Stimmsignatur schon irgendein Alarm losgegangen, was halt damals einfach Science Fiction war. Und wenn man sich überlegt, dass sie das möglicherweise in den 80ern schon gehabt haben, dann ist das bemerkenswert. Die Geheimhaltung bei der NSA ist auch krass. Die hatten während des Kalten Kriegs sogar ihre Stadt, Crypto City, von den Landkarten verschwinden lassen. Also bis 1990 werdet ihr auf keiner Landkarte Crypto City finden, Fort Medde. Gleiches galt auch für so eine Stadt im Mitter von Amerika, in der Bomben gebaut wurden, die Bomben zusammengeschraubt wurden. Auch das ist eine Millionenstadt, die nicht mal auf einer Landkarte erschien. Also es gibt schon sehr komische Geschichten aus dem Kalten Krieg. Gut, Fragen. Wir haben ein Saalmikro. Nimmst du bitte das Mikro, weil wir haben freundliche Menschen im Stream, die uns... Nein, jetzt aber. Wie soll denn der Normalbürger darauf reagieren? Also das ist eigentlich immer meine größte Frage. Stimme abgeben und Schluss. Was soll man dem Normalbürger empfehlen? Ich bin ja nun selber auch Verteiler, rede mit vielen Leuten. Da bin ich jetzt eigentlich fast überfacht. Jedenfalls, wenn du Spion bist, würde ich gewisse Sachen nicht sagen und auch Terrorismus würde ich eher handschriftlich machen. Achso, das ist auch noch eine Sache. Jeder Brief, der von der Deutschen Post befördert wird, wird fotografiert, wird digital fotografiert. Angeblich nur so für interne Zwecke und das würde dann auch später gelöscht, aber ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen. Ich weiß auch nicht, wo das hingeht. Auch von innen? Nee, von innen nicht. Also die Postkontrolle, von der ich eingangs gesprochen habe, die wurde 1970 beendet. Also diese Postkontrolle diente eben wirklich zur Zensur, um eben diese Prospekte zu unterbinden. Sie wurde allerdings fortgesetzt auf geheimdienstlicher Basis. Man hat also bis Ende des Ost-West-Konflikts, hat also der BND Briefe geöffnet. Wir haben ja immer schon gewusst, dass die DDR, das MFS die aufmacht und deshalb haben wir uns nicht gewundert, wenn die offen waren oder wenn man sieht, dass es Spuren gab. Anscheinend wurde aber jeder Brief zweimal geöffnet und die hatten also auch bemerkenswert große Einrichtungen. Das diente dann aber eben zum Spionieren. Die Briefpost gilt im Moment als sicher, also bisher wüsste man jetzt nicht, dass es da eine strategische Kontrolle gibt. Man kann natürlich auch Briefe von außen lesen, etwa indem man sie, da gibt es so ein Spezialspray, dann wird, solange das da feucht ist, der Briefumschlag transparent. Das klappt im Prinzip auch mit Alkohol, der dann verfliegt. Aber dieses Spezialspray hinterlässt halt jedenfalls gar keine Spuren. Sagte man mir, ich habe so ein Zeug nicht. Man kann auch mit anderen Methoden daran gelangen. Briefe werden ja nicht ganz komplett versiegelt, wenn man sie zuklebt, sondern da ist ja oben so ein Teil offen, damit man mit dem Brieföffner da rein kann. Man kann da aber auch mit so einem Gabeldings daran, das ist also, darf man sich wie zwei chinesische Stäbchen vorstellen. Da fädelt man praktisch den Brief ein und rollt ihn und holt dann diese Rolle oben an der Seite raus. Dann kann man ihn lesen, kann man ihn wieder zusammenrollen, zurück tun, nichts passiert. Also ich habe mal gehört, dass in der DDR die Briefe aufgeblasen wurden und irgendeiner speziellen Optik konnte man tatsächlich das Papier durchsichtig machen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aufgeblasen? Also es gibt diese, über heißem Wasserdampf hat man die so geöffnet, damit es feucht wurde, den Kleber und hat es dann neu zugeklebt. Und ja eben diese Sache mit dem Spray. Aber aufblasen ist mir jetzt nicht bekannt. Aber das würde man halt nur machen, wenn man eben speziell dich im Verdacht hätte, was zu machen. Dann würde man dich mit diesem Aufwand überwachen. Aber eine Postkontrolle strategischer Natur würde jetzt auch keinen Sinn ergeben. Es sei denn vielleicht mit Pakistan, weil das ja alles voller Terroristen ist. Du hast ja gerade wieder erzählt, die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste funktioniert nicht. Wie müsste man denn eine politische Kontrolle der Geheimdienste aufsetzen, dass sie funktioniert? Das habe ich jetzt auch nicht erzählt, ist aber durchaus meine Meinung. Das wäre aber ein anderes riesiges Thema. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Können wir uns da gerne noch nachher unterhalten, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja, wer hat noch Zeit? Also dann kann ich eine Frage auch beantworten, wenn keine andere Frage hat. Also Geheimdienste kontrollieren ist ein Riesenthema. Es gibt hier einmal eben die interne Kontrolle, dann gibt es Dienstaufsicht, also durch Kanzleramt für BND, die Innenministerien für den Verfassungsschutz und so weiter, Verteidigungsministerium für MAD. Dann gibt es eben auch gerichtliche Kontrolle. Geheimdienste sind also kein rechtsfreier Raum, sondern gibt es etlichen Bedarf für Verwaltungsrecht, für Arbeitsrechte. Es gab letztes Jahr einen skurrilen Prozess, wo irgendwie Spioninnen geklagt hatten, weil die Gleichstumsberechtigte nicht richtig gewählt worden ist und so was. Also das ist halt ein Riesending. Also in den deutschen Geheimdiensten sind knapp 10.000 Menschen in Lohn und Brot und gerade Beamten sind ja auch sehr rechtsfeindlich und dann wird gerne mal geklagt im Arbeitsrecht. Neben den juristischen Möglichkeiten gibt es eben noch drei parlamentarische Ansätze. Zum einen eben das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages. Da sitzen also elf Menschen drin, die eigentlich im Hauptberuf Parlamentarier sind und im Moment sind sie auch Wahlkämpfer. Also die haben da gar nicht die Zeit. Sie dürfen da auch keine Mitarbeiter mit reinnehmen. Sie dürfen höchstens, wenn sie sich darauf einigen, dann können sie einen Sachverständigen beauftragen. Aber wenn halt eben die Regierung das nicht will, dann kriegt man da auch keine Mehrheit. Die sind also paritätisch organisiert. Diese elf Leute haben keine Chance, 10.000 Menschen und Geheimdienstprofessionals zu kontrollieren. Diese Leute sind auch nicht besonders ausgebildet überhaupt in der Geheimdienstwelt. Zum Beispiel für NRW sitzt Gisela Pilz in diesem Gremium. Für die CSU in Bayern sitzt Uhl in diesem Gremium. Also auch ein sehr kompetenter Mensch. Der hat in diesem Gremium vor einem Monat erfahren, dass eine E-Mail nicht von A nach B geschickt wird, also ihren Weg nicht von A nach B nimmt, sondern dass sie möglicherweise einen Umweg über Amerika nimmt. Das war ihm völlig neu. Er dachte immer so ökonomisch, ja, wirklich des geringsten Widerstands. Und das hat er auch vor der Presse so zugegeben. Also das ist schon, wir haben da einfach nur sehr, sehr wenig technischen Sachverstand. Neskowitsch war einer, der seine Aufgabe sehr ernst genommen hat. Der hat ja so eine Art Spionagepraktikum beim BND gemacht und sich da mal zumindest zeigen lassen, was sie denn da so drauf haben. Also diese Mitglieder von dem Gremium, die haben durchaus das Recht, sich alles zeigen zu lassen. Die dürfen auf jede Akte Zugriff nehmen. Aber wie sollen diese Leute das schaffen? Vor allen Dingen, welche Fragen sollen sie stellen, wenn sie gar nicht wissen, was es gibt? Das ist ein Placebo, wenn man so will. Diese Leute haben aber die Möglichkeit, eben die G10-Kommission zu bestücken. Also die G10-Kommission ist deutlich größer. Die haben auch Mitarbeiter. Und die dürfen eben alles, was mit eben Telekommunikation und Brief zusammenhängt, sich genau angucken und zeigen lassen. Und haben inzwischen auch Akten-Durchgriffsrechte. Das sind die beiden laufenden Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit sind eben die Untersuchungsausschüsse, die eben ausgestattet sind mit Rechten wie Staatsanwaltschaft. Da gab es gerade den NSU-Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Und das wären im Prinzip die Möglichkeiten, einen Geheimdienst wirklich zu kontrollieren. Allerdings, diese Ausschüsse gehen unterm Strich aus, wie das Hornberger Schießen. Vielleicht bei dem NSU-Untersuchungsausschuss, ich habe den Bericht noch nicht gelesen und da wird man jetzt mal gucken, ob da eigentliche Köpfe rollen oder ob man den Verfassungsschutz anders organisiert oder was ich favorisiere, abschafft. Also jedenfalls in der Form brauchen wir keinen Verfassungsschutz. Das ist eigentlich eine Polizeiaufgabe. Aber gut, das ist auch wieder ein sehr spezielles Thema. Wie man Geheimdienste kontrolliert, eben man müsste dieses PKG, PKG heißt der jetzt, das müsste man personell aufstocken, man müsste Mitarbeiter zulassen. Diese Mitarbeiter sind aber bisher eben nicht möglich, weil man sagte, wir müssen die Geheimhaltung wahren und die dürfen also bei den Sitzungen nicht teilnehmen. Bisschen lächerlich, denn nach übereinstimmenden Aussagen kriegen die in dem Gremium das erzählt, was einen Tag vor in der Zeitung steht. Jemand hat mal gesagt, die Leute in diesem Gremium werden gehalten wie Pilze, also man hält sie im Dunkeln und füttert sie mit Dung und entsprechend wirkungsvoll ist das. Also wenn man halt sich eben anguckt, was da für Skandale regelmäßig beim BND da so rauskommen, die im Dunkeln sieht man nicht und Kontrolle funktioniert jedenfalls gegenwärtig sehr, sehr wenig. Wobei der BND, zur Ehrenrettung muss ich das sagen, nicht, dass mich jemand liquidiert vor Ärger, der BND gilt eigentlich als sehr beamtenmäßig und ordnungsbewusst und irgendwie hat also zumindest in dem Maße den Ruf. Also die haben jedenfalls nie solche Sachen gemacht, wie die Mitbewerber von der CIA oder die Herrschaften von Mossad. Überhaupt, weil ich regelmäßig darauf angesprochen werde, also Nachrichtendienste sind Nachrichtendienste, da geht es ums Spionieren. So die Vorstellung, dass ja irgendwelche Leute mit Schalldämpfer und Kontaktgift oder sowas rumlaufen. Es kommt gelegentlich vor in Deutschland, meines Wissens war die letzte nasse Sache in den Ende der 70er. Also das ist alles, das sind alles, ja es ist ein schillerndes Gewerbe, aber es ist halt schnüffeln und schnüffeln lassen oder nicht schnüffeln lassen, so passt das Bild. Ja, um deine Frage zu beantworten, man müsste diese Ausschüsse, also man müsste einen sehr viel größeren, man müsste erstmal das Parlamentarische Kontrollgremium zu einem laufenden Ausschuss aufbauen, der eben personell besser ausgestattet ist und der auch mit Fachkräften besetzt wird und nicht mit solchen Uhls und Pilz. Obwohl Frau Pilzer jetzt inzwischen auch ein paar vernünftige Dinge gesagt hat, ich will sie also jetzt nicht zu sehr, naja, gut, als Pirat muss ich über den politischen Mitbewerber ein paar böse Sachen sagen. Nicht über den Ströwele, den ich also sehr schätze, der aber auch technisch jetzt nicht den größten Sachverstand hat, auch altersbedingt und, ja. Gut, dann bin ich noch zum Schluss, was Vernünftiges sage. Es gibt ein paar Gesetze, die das regeln. Neben dem G10-Gesetz gibt es auch das Gesetz über den Bundesverfassungsschutz, das Bundesverfassungsschutzgesetz zuerst ist und das BND-Gesetz und auch dieses Antiterror-Dateigesetz. Da findet man also Rechtsgrundlagen, wenn man wissen will, was denn eigentlich wie, wem so gestattet ist und vielleicht glaubt man auch, dass sie sich daran halten. Man weiß es nicht. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Applaus und noch einen schönen Tag.